So, Ladies and Gentlemen, Wesker wieder hier mit einer weiteren Folge Arma 3, äh, Modus Waceland auf der Map Stratis auf dem Zara ERM Gaming. Ich, oh, ich höre in der Ferne Schüsse und das will ich mir erstmal kurz genauer angucken. Ich hab ja gerade versucht, irgendwie Battlefield wieder aufzunehmen, aber irgendwie, ich weiß nicht, in letzter Zeit, weiß ich nicht, Battlefield läuft einfach nicht so, wie ich mir das vorstelle. Ich hab da echt gerade im Moment irgendwie totale Aim-Probleme. Weiß ich nicht, kann ich mir selber nicht erklären. So, ähm, das Problem ist natürlich jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Leute jetzt hier drin sind in dem, äh, in dem Radius. Ich werd mal meine Waffe auf vollautomatisch stellen, vorsichtshalber. So, wo könnte denn hier einer liegen? Wo könnte einer, da, nee. Alter, wo? Okay, das Ding ist nicht bewaffnet, das ist schon mal gut. Von wo hat der bitte geschossen? Von wo hat der Otto geschossen? Ich spiele gerade mit der MK14, wie man oben rechts sehen kann, aber ich habe keinen Schalter verdraut, weil mir das zu sehr die Ballistik verfälscht. Ich weiß nicht, ich komm mit schallgedämpften Waffen nicht wirklich klar, wo mir gesagt wurde, schallgedämpfte Waffen sind mega overpowered. Oh Gott, ähm, kann ich selber, oh Gott, was ist denn hier los? Sieh einer an. Pick up the money und pick up the money. Die haben ja nicht alle wirklich so viel mit bei, wa? Kann das sein? Nein, Alter! Ja, genau, schallgedämpfte Waffe, wenn man vom Teufel spricht. Oh mein Gott, Alter, you suicide. Mal gucken, wo ich runterkomme. Ja, freu dich halt. Ja, freu dich. Nimm dir die Waffe und geh dich erhängen. Am besten noch schön, weiß ich nicht, mit einem selbstgeklopften 4cm Strick. Komm, geh dich erhängen. Das Gute ist jetzt, wenn ich Glück habe, kann ich da in der Nähe nochmal spawnen, weil meine Waffe hat er nämlich liegen gelassen. Scheiß mal was auf das Geld. Mann, ich hab 14 Millionen auf der Bank. Da jucken mich die anderen nicht wirklich. Die 700.000. Oh, 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 oh. Aus, 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 abspringen, abspringen, weg, 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 weg. Okay, er hat, warte mal, haben wir hier irgendwas drinne? Take NATO, zeig mal her hier. Nein, release. Oder so. Police, zack. So, was haben wir denn hier drinne? Inventar, ist da irgendwas drinne? Natürlich nicht, fuck, alter. Verdammt, Dachst. Kommst du nochmal wieder, du scheiß Schatz? Er dreht ne Schleife. Oh, ich bin so gearscht, alter. Ah, ich bin so gearscht. Oder auch nicht. Gut, jetzt kann ich ja mal... Fahrer als Hunter einsteigen. Ich weiß nicht, ob das ein AI-Jet ist oder was, äh, oder ob das ein Spieler ist. Ich hab keine Ahnung. Ach ne, geht in der Hand. Da hinten kommt ja einer runter. Darf ich den roadkillen? Bitte. Ja, komm, wir machen's. Wir roadkillen den. Wenn wir schnell genug sind. Aber auch nur, wenn wir schnell genug sind. Komm, den roadkillen wir. Hallo? Hallo? Ja, komm. Schieß auf mich. Komm schon, sei so blöd und schieß auf mich. Und, plopp. Entschuldigung. Jack Bauer wurde getötet. Ist das nicht der Typ von 20... 24? Schieß mich tot. Ich hab keine Ahnung. Was hast denn du? Was warst denn du? LOL! Was ist er denn für einer? Warte mal, was hast denn du... LOL! Alles klar. Was zum... GPS hab ich ja selber, aber... Was kommt... SPGM? Navid? Er hat einfach mal... Das ist ja eigentlich ultra fresh gerade. Dass ich hier... LOL! Was ist denn er denn für einer gewesen? Ja, komm. Packen wir mal ein bisschen ein hier. Warte mal hier. Da rein, da rein, da rein, da rein, da rein. Warte mal, hier. Weg. Scheiße, da passt nicht mehr rein. Fuck! Schöne, bitte, deine! Weg damit. Verbandskasten brauch ich nicht. So! Dann passt der Tier auch noch rein. Wunderbar. Bypod ist dran. Was ist denn in der anderen Kiste? Warte mal, was hat denn der Anknete mit bei hier? Pick up the money. Oh, ist ja süß. 1.100 hat der drinne. Alles klar. Äh. Äh. Scharfschützengewehre. Oha. Aber ich glaub, ich bleib bei der... 64mm NATO-Munition. Oha. Okay. 54mm und Lapormeck. Kann ich das irgendwo... Äh, kann ich nirgendwo reinpacken. Schade eigentlich. Aber nichtsdestotrotz, Panzerungsstufe 1. Ich glaub, da könnte ich sogar noch was reinpacken. Ich muss mal ein bisschen looten hier. Weg. So, mal gucken. AMWS, Kalea, Scheidämpfer, 762. Passt nicht rauf. Auf der Waffe... Kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Äh... Passt da... Ja, nice, Alter. Dann kann ich mir doch noch... Ähm... Nach einem wegeinpacken. Was macht er denn jetzt? Neu bewaffnet. Okay, hat er getan. Gut. Wunderbar. Wo sind die denn alle, Alter? Die können mir doch nicht erzählen, dass sie die ganze Zeit da oben nur in diesem kleinen Behinderten... Ah. Ja, komm. Geh wieder runter. Nicht? Wird sie nicht runtergehen? Was macht er denn da? Ist er jetzt tot? Nein, ist er nicht. Doch ist er. Hab ich ihn jetzt getötet? Oh, bitte. Alter. Oh, da kommt ein Auto. Da kommt ein Auto. Oh, zu viel, zu krasser Zoom. Na, endlich hab ich mal einen Kill gemacht jetzt hier. Bam. So. Wunderbar. Gut, Leute. Ähm... Da hab ich einen Raum für die drei Kills. Weil, jetzt hab ich nämlich zwei Player-Kills und ein AI-Kill und ein Tod. Na, immerhin eine positive Kette. Mehr wollte ich eigentlich gar nicht. So, dann sag ich einfach mal, US-Gabe später. Bis später. Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Vielen Dank.